Was? Da war Hall? Egal. Egal. Ich habe überlegt, ich probiere mal was Neues aus. Und zwar habe ich mir einen animierten Pullover besorgt. Warte mal kurz, ich mache den mal kurz an. Irritiert das oder ist das cool? Geisterbaume? Nein, Animationsbaume. Warte, das geht noch. Da braucht man natürlich auch die richtige Musik dazu. Das geht noch. Das geht noch. Gut, vielleicht ist das auch ein bisschen zu übertrieben mit dem Pullover. So kann man ja nicht streamen. Da ist man ja völlig abgelenkt.